Musik Ja, hallo Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin wieder euer Charlie, wieder mit einem Pilzefilm. Ja, es sind nur noch sieben Wochen bis Weihnachten und dies wird wahrscheinlich mein letzter Pilzefilm für dieses Jahr werden. Ja, ich nehme euch wieder mit, seid dabei und dann wünschen wir uns mal Trüff, Trüff. Ach, der kleine Trüffel, der freut sich auch schon. Ja, die milde Witterung beschert uns jetzt ein hervorragendes Pilzjahr. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal Anfang November losgezogen bin zum Pilze suchen. Also wirklich toll. Ja, hier stehen Rettichhelmlinge. Die werden angeblich auch mit lila Lackprichterlingen verwechselt. Aber ein lila Lackprichterling ist durchweg lila und so ein Rettichhelmling hat etwas hellere Lamellen. Ja, und dieser Radi gedruckt, wie so ein Radi, wie ein Bier-Radi. Ja, und immer wieder schießt noch kleine Maronen hoch. Hier haben wir so einen kleinen Fichtenbestand, den wollen wir mal leise hochgehen. Und hier kommen überall kleine Steinpilze raus. Und Kraterellen. Ja, die kleinen Steinpilze, die noch dabei standen, waren leider alle durch. Bleibt bei den beiden. Musik 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 Ein Fliegenpilz, Muttersehen allein. Auch der allerletzte dieses Jahr wahrscheinlich. Hier stehen die Kraterrellen auch, wie gesät. Musik Musik Noch einmal Röhnchen, schön. Musik Ja, noch stehen Pilze hier im Wald. Aber man merkt, dass es zu Ende geht. Musik 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 Hier geht auch noch mit. Und noch die Kraterrellen, die da stehen. Noch ein Perlpilz, zu später Zeit. Musik 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 ja zu den herbstboten wird auch das herbstrot füßchen oh die sind sie in Glippen sie sind sie in Glippen Hier steht noch ein stattlicher Perlpilz, der ist auch noch schön fest, aber für mich schon zu groß für Verwertung. Ich nehme lieber so kleine Junge, ein Semmelstoppelpilz und ein Mutant. Hier stehen noch Fichtenblutreiz, lasse ich aber stehen, die sind mir schon zu groß. Der da, der geht. Hier stehen Waldblutschampions. Auch sie haben rosa Lamellen, sondern aber im Anschnitt laufen die so blutrot an. Ja, kann man schlecht sehen, am Rand fängt es an. Ja, die Fichtenkoralle wächst hier wirklich wie gesät. Sie ist aber ungenießbar. Stehen noch ein schöner Steinpilz und der ist auch wirklich noch gut. Schöner Okolyt, ein einsamer Hallimarsch. Er bleibt auch hier alleine stehen. Ich sammle die ja nicht. Musik Musik Ja, hier bricht ein Perlpilz durch. Wandel ins Körbchen. So, liebe Freunde, das Sammeln ist vorbei. Ich bin zufrieden. Ich habe jetzt aufgehört. Ich habe genug für heute, für ein Pilzfall erreicht es. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr wieder oder vielleicht in diesem Winter. Ich weiß nicht, ob es kalt genug wird und ob Pilze kommen im Winter. Werden wir sehen. Ja, dann wünsche ich euch trüff, trüff, einen guten Rutsch, frohe Weihnachten und wir sehen uns in der nächsten Saison wieder. Bye, bye. Musik